Herzlich Willkommen zurück, Technik Nummer 4. Und so allmählich wird klar, was es bedeutet, wenn du über mehrere geeignete Einwandbehandlungstechniken verfügst, um sie miteinander zu verknüpfen. In vielen Gesprächsdialogen wirst du ohne die geschickte Aneinanderknüpfung oder Vermischung unterschiedlicher Techniken lange nicht die Ergebnisse erzielen, die du dir gerne wünschst, die erforderlich sind, um Einwände in Termine und Abschlüsse zu verwandeln. Denn jede Einwandbehandlungstechnik, die du benutzt, ruft neue Reaktionen hervor und diese Reaktionen bleiben dir weitestgehend verborgen, es sei denn, du bist in der Lage, diese hervorzurufen. Und dann kannst du überrascht sein, musst aber nicht mehr überrascht sein. Früher warst du möglicherweise überrascht, weil du dann nicht wusstest, wie du damit umzugehen hast, weil du durch die spezielle Vorgehensweise, durch die speziellen Fragetechniken, Reaktionen hervorgerufen hast, die dir so gar nicht gewahr gewesen sind, die du möglicherweise gar nicht erwartet hast. Jetzt wendet sich das Blatt. Jetzt sehnst du dich danach, Feedbacks zu provozieren. Und jede neue Äußerung wird mit einer neuen Einwandbehandlungstechnik bearbeitet, um zu schauen, was sich hinter diesem Einwand verbirgt. Denn die Einwandbehandlungsmethodik zielt darauf ab, herauszufinden, was das tatsächliche Hindernis ist, was dich vom Abschluss oder dem Termin trennt. Und wenn du in der Lage bist, flexibel auf die teilweise auch unerwarteten Reaktionen eingehen zu können, wirst du auf ganz unterschiedliche Weise einfacher und schneller in den Abschluss kommen. Sei es nun am Telefon oder im Verkaufsgespräch. Du reagierst adäquat oder bist in der Lage, auf unterschiedliche Weise die Rückmeldungen entweder umzudeuten, ihnen eine andere Bedeutung zu geben, die Denk- und Suchrichtung des Kunden zu verändern, bis er die Lösung von selbst erkennt. Und in der nächsten Technik geht es genau um den Punkt der Provokation. Kunden befleißigen sich oft einer Sprache, die uns nicht von Beginn an durchblicken lässt, worum es eigentlich geht, was sich dahinter verbirgt. Deshalb testen wir den Kunden, indem wir ihm provokativ Einwände zuspielen und die Gegenreaktion benutzen, um weiter voranzukommen. Die Gegenreaktion gibt uns Aufschluss darüber, wie wir im nächsten Schritt zu reagieren haben, wo wir den Hebel ansetzen müssen, wann der Kunde auf welche Weise bereit ist, in den Abschluss zu gehen oder den Termin mit dir abzumachen. Provokation meint nicht, dass wir uns einer bösartigen Sprache befleißigen, sondern einfach nur testweise Einwände ins Feld geben und dann schauen. Entweder nimmt er den provokativ gewählten, von dir vorgebrachten Einwand an, dann weißt du, dass du ins Schwarze getroffen hast. Oder verwirft er deinen provokativen, vorgeschlagenen Einwand, deinen vorgegebenen Einwand und kommt mit einem neuen Einwand. Wie stellt sich das grafisch dar? Grafisch, damit meine ich, die Brückentechnik bedient sich dem Piktogramm der Brücke, weil wir dem Kunden sprachliche Einwandbrücken bauen, die er entweder begehen kann oder an einer anderen Stelle neue Brücken wieder aufbaut, um den Fluss, der dich vom Abschluss oder vom Termin trennt, zu überqueren. Wann er über welche Brücke, zu welcher Uhrzeit, auf welche Weise das Ufer wechselt und in dein Land übertritt, also zu dir, auf deine Seite, in deine Welt überwechseln möchte, das findest du genau mit dieser Technik heraus.